Hallo Leute, hier ist euer Dreamteam und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind heute im Schwarzwald unterwegs, besser gesagt Bad Wildbad und wir sind heute auf dem Weg zum Baumbüffelfort. Wir sind hier angekommen, Parkplatz ist kostenpflichtig auf jeden Fall bis zu zwei Stunden drei Euro. Alles drüber haben wir glaube ich gleich geguckt, wie viel es kostet. Ist ja egal, auf jeden Fall bis zwei Stunden drei Euro. Oder ihr habt die Möglichkeit von Bad Wildbad unten vom Tal mit der Sommerbergbahn, da ist die Station, hochzufahren und dann hier diese ganzen Erlebnisse zu machen. Hier gibt es auch mehr wie der Baumbüffelfahrt, wie zum Beispiel eine Wildline, eine große Hängebrücke ist das, ein Abenteuerspielplatz. Es gibt viele Wanderwege, Mountainbikes, Strecken, alles mögliche. Aber wir werden heute noch eine Baumbüffelfahrt für euch testen und Toiletten mäßig. Vanessa? Es ist ein bisschen, ja, ein Stückchen zur Toilette. Genau, wir müssen jetzt vom Parkplatz bis hier hochlaufen. Wenn ihr mit der Sommerrodelbahn hochkommt, dann könnt ihr gleich, wenn ihr rausgeht, links ist da eine Toilette und dann könnt ihr euch entleeren. Mal gucken, ob es noch irgendwo eine gibt. Genau, aber jetzt genug gelabert, jetzt gehen wir Richtung Baumbüffelfahrt. Am Eingang bzw. der Kasse des Baumbüpfelfahrts angekommen, könnt ihr euch über Eintrittspreise und Öffnungszeiten informieren. Auch könnt ihr kostenfrei Rollstühle und Rodatoren ausleihen. Falls ihr eine Führung machen möchtet, gibt es donnerstags von März bis Oktober um 14 Uhr die Möglichkeit, an der Führung von den Wurzeln zu den Wipfeln teilzunehmen. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage. Diese verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Die Gesamtlänge des Baumwipfelpfades beträgt 1250 Meter. Der Pfad ist bis zu 20 Meter über dem Waldboden. Haustiere sind nicht erlaubt. Ausnahme sind Behindertenbegleithunde und Betreuungsassistenzhunde. Achtung, bei Gewitter, Sturm, Hagel und Eis kann der Baumwipfelpfad aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Man kann auf dem Pfad Hinderniswege gehen und an verschiedenen Stationen etwas lernen bzw. Dinge erkunden. Das war die Das Highlight des Baumwipfelfahrers ist der 40 Meter hohe Aussichtsturm, der sogar eine 55 Meter lange Rutsche beinhaltet. Kosten dafür 2 Euro extra. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir haben den Baumwipfelfahrt erklummen. Bestiegen. Bestiegen. Sehr, sehr cool. Wie ihr in dem Video auch gehört habt, sehr lehrreicher Leerfahrt mit Spielmöglichkeiten und kleinen Parcoursmöglichkeiten. Für die Kleinen auch mega gut gemacht. Alles super gesichert. Das ist auch alles ebenmäßig. Also man kann ja auch mit dem Rollstuhl-Türich hochfahren. Und mit dem Kinderwagen. Kinderwagen, Bollerwagen, sonst was. Haben auch viele Leute dabei, haben wir gesehen. Das ist echt gut. Genau, also könnt ihr euer Fest mal mitnehmen. Ja, was erwartet euch hier oben eigentlich? Viele Bäume, seht ihr? Der Dörfer. Ich habe ja gesehen habt in den Aufnahmendörfer ein bisschen erblitzeln da zwischen den Bäumen und in den Tälern. Aber es ist schon schön. Also wenn man denkt, wir wohnen hier im Schwarzwald und es ist wirklich viel Natur. Auch wenn viele immer sagen, ja, hm, wenig grün und so, aber das ist grün. Genau, also hier oben ist schon schön. Und die Luft ist einfach mega. Und jetzt, was machen wir mit der Rutsche? Also ich rutsche. Ich habe gehofft, dass es eine normale Rutsche ist, aber es ist mit Teppich. Aber ich rutsche für euch und nehme euch dabei mit. Ich habe auch ein bisschen Schiss, muss ich echt sagen. Respekt habe ich. fortcharged. bis zum nächsten Mal Hinter dem Ausgang gelangt ihr zum Souveniershop und danach an die Futterkrippe, die Gastronomie am Baumwippelfahrt. Von dort aus könnt ihr auch zum Abenteuerwald Sommer weg. So, Baumwippelfahrt hinter sich gebracht? Ja, wie war die Wutschfahrt? War mega gut. Also für 2 Euro gar kein Ding, finde ich. Und es hat mega, mega Spaß gemacht. Müsst ihr unbedingt machen. Auch ziemlich schnell und peppig, habt ihr gesehen, auch in den Aufnahmen. Aber meiner Meinung nach könnte man den Eintrittspreis von 11 Euro für einen Erwachsenen auch die Rutschfahrt inklusive machen. Dass man irgendwie so einen Copor kriegt oder einen Chip oder einen Nachweis. Und dann kann man da rutschen, wenn man will. Und wenn nicht, dann nicht. Und wir waren jetzt ungefähr 3 Stunden da. 2 Stunden. Genau. Und haben 5 Euro fürs Parken gezahlt. Magnet für 6,50 Euro geholt. Aber den zähle ich jetzt nicht mit, das ist für uns privat. Genau. Auch saftige Souvenirpreise. Ja gut, wir haben ungefähr 35 Euro. Aber das ist normal, das kennt man ja nicht anders. Okay, aber großes Fazit. Es lohnt sich auf jeden Fall mit Familien. Es gibt viel zu entdecken. Mit Familien, es gibt viel zu entdecken. Viele Spielmöglichkeiten lernen des Fahrtes. Auch einen schönen Ausblick über den Schwarzwald. Ja, für Behinderte geeignet. Alles ist auch, genau. Eine coole Rutschfahrt, da ist auch Action dabei. Und du kannst auch viel lernen, weil es irgendwie mit vielen Schildern ist und Lernfahrt und die Kinder können auch irgendwas mitnehmen und die Erwachsenen natürlich auch. Und jetzt machen wir die Klimaanlage an, beenden das Video, weil es das heißt. Wir sterben sonst. Genau, in dem Sinne macht es gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da und nach unten. Das ist auch egal. Und wenn ihr mehr auf uns Bock habt, abonniert den Kanal und nicht dabei vergessen, die Glocke zu aktivieren. So, in dem Fall, bis wir schmelzen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.